Das innovativste Produkt für den Holzhandel. Die Nominierten für den Holzland Innovationsaward 2016 sind Kleiderer mit Duropal Xtreme. Extrem robust, extrem vielfältig, extrem schön. Die Oberfläche mit der Anti-Fingerprint-Eigenschaft. Anspruch, eine Struktur in HPL-Qualität zu kreieren, aber besser als je zuvor. Das Ergebnis, eine matte, reflektionsarme Oberfläche, die sich als belastbar und unempfindlich gegenüber Fingerabdrücken und Fettspuren erweist. Xtreme Matt besticht durch enorme Farbtransparenz, Tiefe, samtig weiche Haptik. Die Features kratzfest, pflegeleicht und postformingfähig. Die Jury findet, ein ideales Produkt für Innenausbau, Möbel, Messe und Schiffbau.